Ein schön starken Montagnachmittag an euch allen. Wie wie es aussieht, haben wir wieder zum dritten Mal schon einen Schutzengel. Und zwar, das Wetter hat sich wieder gehalten, es sind keine Gewitter gekommen, gar nichts. Es ist wirklich krass, dass die für Hochsauerlandkreise im Internet reinschreiben, es soll Gewitter, Unwetter kommen. Und dabei ist ja gar nichts draußen. Es ist wirklich Hammer. Es sind nur Sturmböen heute, aber die haben heute dieser Reise mal gar nichts dazu gesagt. Das Piepen kommt von einer Drohne oder einem Hoverboard. Ansonsten ist es prima Wetter, echt. Und der Grund dafür ist, weil er heute wieder einer Geburtstag hat. Deshalb im Moment, ich sage euch mal ehrlich, bei mir im Facebook haben im Moment jeden Tag welche Geburtstag. Bis zum 31. Juli. Das ist Wahnsinn. Aber die jetzt im August Geburtstag haben, am 5. August zum Beispiel, oder Anfang August, die werden Regen kriegen. Auf alle Fälle mit Gewitter dabei. Wenn du Glück hast, wird sich das Wetter bis zum 31. Juli so halten. Und das Unwetter ist am August kaum. Und das Unwetter bis zum 31. Juli. Jahrhundert Bis zum 31. Juli. Bis zum 28. Juli. Gibt's mal auf alle Fälle. indoor Debowej Läpel.' Seh das schon alsbeений Sieg? kafto auf alle Fälle.